Ein Apfel. Ein Apfel. Ich kann mich einfach so anklauen. Nummer 23. 23. Ich hab Glück. 23, 23. Reh. Nee. Rehtier, Schokolade. Ja, so wie ich. Oh. Ich hab zwei Rehtier. Ich hab zwei Eisbeere. Jetzt zwölf. Jetzt bin ich ganz gespannt, was da rauskommt. Oh, Kinderringe. Das selber hatte ich vorhin auch. Kinderringe. So. Ich bin dran. Ich muss noch ein bisschen schütteln. Knack Brot. Jetzt kann ich es essen, aber ist nicht so weit. Zehn. Weihnachtsmarkt. Ein Weihnachtsmarkt. Wie viel Weihnachtsfeiler gibt's denn? Genau. 8 bis 15. Uh. Salat. Ja. Hauptsache ich hab nicht die Apfel. Ja, Hauptsache ich hab nicht die Apfel. Ja, du bist dran. Paprika! Komm, das gibt's ganz viele. Nochmal Paprika! Nummer drei. Drei, 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 drei. Geht auch. Zwei Schoko-Bongs. Zwei Schoko-Bongs. Zwei Schoko-Bongs. Elf. Ich brauche jetzt einmal was weg. Zwei Schoko-Bongs. Zwei Schoko-Bongs. Zwei Schoko-Bongs. Karotte. Ja. Ja, dein zweites Mal. Schau, du bist dran. Oh. Und eine Acht. Lass du blick? Ja. Kinderregeln. Ein, zwei, drei. Wieso? Der klingt jetzt drauf. Nein! Ja, ein Avogado! Nein! Nein! Ha! Wasser? Ja. Kriegst du nicht. Ha! Wenn ich jetzt ein großes Biss mache, kriege ich eine Schoko-Bongs von dir. Ja, okay? Okay? Nein! Gurke! Warte auf drei! Das kann man mal. Ah! Avogado geht? Mmh. Geht eigentlich. Wasser, Avogado. Du bist. Avogado geht. Tomaten. Tomaten. Und gleich sind wir fertig. 20! Wunderschöne 20! Weihnachtsmann! 9! 9! Nr. 9! Nein, 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 nein! Man sieht gar nichts! Nein, Salat! Oh mein Gott, das erste Kinderkonti. Ist es immer so hier hinten? Kinderkonti, Kinderkonti, Kinderkonti. Ist überall drauf. Na, ist dran? Ja. Warten. Jetzt. Ein Kinderriegel schon wieder. Oh mein Haus nur, das ist der, der Zahl. 19! Ich hab einen dran. 19! Ich mach, äh, zieh das schon mal. Hey, wo ist die 19? 7, kann ich ja gleich bei der suchen. Wo ist die 19? Kinderriegel! Ich hab einen 7. Da. Juhu. Das war Schönebon. Ich hab den. Halt den Tür mal fest, weil sie... Weil es ist so... Apfel. Das Beste. Aber das Apfel, probier ich mal jetzt mit das aus. Juhu. 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 Schmeckt voll. Juhu. 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 Armband. 17. Ein Eisbär. Oh, da hab ich ja Drillinge. Okay. Jetzt gibt's da keine mehr. Ich würde sagen, dass es mit dem Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen, Daumen, Abonniere nicht vergessen. Und die Glocke anrufen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.